Hallo, Grüß Gott und Servus liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Steinzeit. Ich hoffe, dass wir diese Sendung ohne Untertitel durchkriegen, weil meine Gesprächspartnerin heute kommt aus Bayern genauso wie ich und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen und vor allem geht es um ein Gespräch, das wir heute führen über Gott und die Welt, Christine, oder? Genau so ist es. Grüß dich, Robert. Christine, hallo. Also ich stelle dich noch mal vor, du bist die Christine Strübin, du kommst aus dem Blaubeerwald sozusagen, also nicht direkt, du kommst vom Blaubeerwald-Institut und bist genauso wie ich in Bayern zu Hause sozusagen. Jetzt gucken wir mal, dass wir nicht ganz in den Dialekt reinrutschen, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Schauen wir mal. Ja, Christine, erstmal schön, dass du da bist. Ich möchte das Gespräch mit dir nützen, heute mal einen spirituellen Aspekt in unserer Welt ein bisschen zu beleuchten. Ja, es geht natürlich auch um deine Arbeit im Blaubeerwald-Institut, das du mit dem Martin zusammen machst und vor allem würde mich gerne interessieren, wie du die Welt im Allgemeinen jetzt so siehst. Also die Welt ist im Wandel, wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten, das niemand gedacht hätte. Die ganze Welt gerät aus den Fugen und ich würde gerne mit dir ein bisschen abklopfen, was da so von der geistigen Ebene durchscheint und welche Informationen wir da kriegen. Aber erstmal zu dir selber. Du bist also tätig als Therapeutin auch seit vielen Jahren. Kannst du mir erklären, wie du zu so einer Arbeit gekommen bist und vor allem, welche Art von Therapie du machst? Also zu der Arbeit bin ich ganz, ganz komisch gekommen. Also ich habe eigentlich mit dem ganzen Frühjahr überhaupt nichts am Hut gehabt, sondern ich komme eigentlich von der Astrologie und bin dann irgendwie auf Umwegen in die ganze Channeling-Schiene da reingerutscht. Ich habe am Anfang gedacht, dass ich bin total im falschen Film. Also dass ich das mit komplett Verrückte zu tun habe, also die da über irgendwelche Wesenheiten gesprochen haben. Also die Namen waren mir total fremd und ich konnte sie teilweise gar nicht aussprechen. Und im Zuge dessen bin ich dann ausgebildet worden von eben so einem Meister. Also ich habe nie irgendwie einen Menschen gehabt, der mir irgendwas gesagt oder angeleitet hätte, sondern das waren immer aufgestiegene Meister. Und das hat dann zwei Jahre gedauert. Und in den zwei Jahren habe ich sehr viel erlebt. Also ich habe außerkörperliche Reisen gemacht, alles Mögliche. Und wusste das aber gar nicht. Also ich habe mir gedacht, das ist jetzt meine Aufgabe und das muss ich jetzt tun. Und habe da im vollsten Vertrauen also alles gemacht, was dieser Meister von mir eigentlich wollte. Ich muss da ein bisschen zurückspringen. Du hast gerade gesagt, du bist in diese Channeling-Szene reingerutscht. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie die Jungfrau zum Kind? Ja, so ungefähr. Wie war das am Anfang für dich? Hast du Stimmen gehört oder hast du irgendwelche Durchsagen, so ein Fax vom Universum? Was passiert da? Fax vom Universum ist gut. Das muss ich mir merken. Ne, also es ist so gewesen, dass wir in Regensburg so einen Meditationskreis gehabt haben und da war ich mit dabei. In der Zeit hatte ich sehr starke Depressionen und Angstzustände. Wie alt warst du damals? Da war ich 25, 26 in dem Dreh. Meine erste Ehe ist also den Bach runtergegangen und ich bin in ein schwarzes Loch gefallen. Ja, und da war ich eben dann dort mit einem Bekannten von mir, weil er mir gedacht hat, das könnte nicht schaden. Und er hat auch geglaubt, also Christine, irgendwie muss man das auf drei kriegen. Und da war eben immer ein Mann dort, der hat Numerologie gemacht. Und der hat dann gesagt zu mir, Christine, du musst unbedingt Channeln lernen, das ist ganz wichtig für dich. Und ich habe ja überhaupt, also wenn du so Angstzustände hast, dann schaust du ja eigentlich nur auf den Tisch. Du schaust dir ja deine Mitstreiter da gar nicht an. Und der hat mir keine Ruhe lassen. Immer wieder ist er gekommen und er hat gesagt, Mensch, und jetzt musst du da unbedingt nach München. Die Janet McClure kommt nach Deutschland das erste Mal und so. Na ja, dann haben wir gedacht, ja okay, schauen wir die ganze Geschichte an. Ich hatte kein Geld und meine Mutter hat mir witzigerweise dann genau das Geld geschenkt, das ich gebraucht habe für das Seminar und für die Fahrt dorthin. Und dann habe ich gedacht, das könnte jetzt ein Zeichen sein. Also bin ich nach München gefahren. Und das war in München-Schwabing, das war in einer Privatwohnung. Also das ist ein Erlebnis gewesen, das werde ich nie vergessen. Und ich komme da rein und da sind ungefähr 20 Frauen drinnen gesessen, also ausnehmend Frauen. Und die haben da losgelegt mit Chakren und aufgestiegene Meister und Ebenen und Feinstoffkörper. Und ich bin da da gestartet und ich als Land ein, also fern der Heimarten, habe mir gedacht, also das sind lauter Fadukte. Die sind komplett durchgemalt. Ich habe es ja schon gleich gewusst, dass ich da falsch bin. Aber ich konnte nicht mehr gehen. Also ich musste praktisch dort bleiben. Und ja, dann haben wir sie da im Kreis gesessen und ich habe natürlich dann die obligatorische Seminarhaltung eingenommen. Kopf nach unten, spricht mich keiner an, schaut mich keiner an. Die anderen kannten sich alle untereinander und dann ist die Janet gekommen mit ihrem Superstab da, weil die hat ja immer ihre Channels dabei gehabt. Und dann ging es los mit der ersten Meditation. Und ich wusste ja gar nicht, ja mach jetzt den Erdkontakt, mach den Kronenchakra auf. Und man denkt, ja heiliger Gesangsverein, was mache ich denn da? Und jetzt warte ich, bis der Anfall vorbei ist und in der ersten Pause gehe ich. Egal, ob ich jetzt das gezahlt habe oder nicht, das ist mir wurscht. Auf jeden Fall war es noch so, also in dieser Meditation hat die Janet an Valvamos gechannelt. Und dann sitze ich da so da und irgendwas berührt mich in meinem Herzen. Und dann denke ich mir, wow, was ist denn das? Auf der anderen Seite war ich total fasziniert und auf der anderen Seite habe ich total Panik geschoben, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was jetzt eigentlich los ist mit mir. Dann war die Meditation zu Ende und dann sagt Janet, ja, der Valvamos will noch ein paar Worte an die Gruppe richten. Und ich bin der Janet genau gegenüber gesessen. Und dann sagt sie, der Valvamos will etwas zu dir sagen, haben wir gedacht, ja leck, jetzt haben sie mich entlarvt, also jetzt schmeißen sie mich raus, Gott sei Dank. Dabei sagt diese Janet McClure, die ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, Sachen, das kann die Frau nicht wissen. Die kommt aus Amerika, die kennt mich nicht. Die hat mich das erste Mal gesehen. Und dieser Valvamos hat gewusst, also dass ich Astrologie mache, der hat Sachen von mir gewusst, also wo ich total erstaunt gewesen bin. Und dann hat er gesagt, also ob mir schon jemals in meinem Leben aufgefallen ist, wenn jemand ein Horoskop erklärt, dass ich Sachen erkläre, die eigentlich in dem Horoskop gar nicht drin sind. Und dann habe ich so überlegt und habe gedacht, ja, der hat recht. Also ich habe schon viel, für mich war halt das ja okay, das Zufall oder wie man jetzt sagt, Intuition oder so, da war ich ja eigentlich noch weit entfernt von dem Ganzen. Und dann hat er gesagt, also es ist schön, dass ich trotz meiner ganzen Widerstände hier erschienen bin und ich soll jetzt meine Aufgabe antreten. Da habe ich mir gedacht, ja heiliger Gott, was wird jetzt das sein? Und alle anderen sind über mich hergefallen, weil alle anderen haben sich erhofft, dass der Valvamos das zu ihnen sagt. Und ausgerechnet zu mir, wo ich das erste Mal dort gewesen bin, da kannst ich das vorstellen. Ja, so ging das los. Also dein erster Kontakt war so, wie es den meisten eigentlich auch geht, wenn sie mit solchen Dingen konfrontiert werden oder in Kontakt kommen, erstmal Skepsis. Absolut. Ja, es ist ja auch kein Wunder, wenn man den ESO Channel im Fernsehen anschaut, was für Knalltüten da sitzen, da denkt man sich ja wirklich um Gottes Willen und das wird natürlich dann auf alle übergestülpt, dieses Bild. So ist es ja. Aber deine eigenen Erfahrungen haben dir was ganz anderes gelehrt. Auf jeden Fall. Also für mich ist es so, dass alles, was ich eigentlich von den aufgestiegenen Meister, jede Botschaft, die ich kriege, wenn das etwas ist, was ich umsetzen kann in meinem Leben, ist okay. Alles andere, ihr werdet über alles geliebt, kann ich mir nichts zum Essen kaufen, ich kann meine Miete nicht zahlen. Also, was habe ich davon? Nichts. Und ich bin ja grundsätzlich ein misstrauischer Mensch. Also für mich hat das immer einen Sinn ergeben müssen. Wenn das keinen Sinn ergeben hat, dann war das uninteressant. Hilf mir mal ein bisschen bei dem Begriff aufgestiegene Meister. Also für mich ist es eigentlich klar, dass es ein Leben vorher und nach dem Tod geben muss. Also ich kann es nicht beweisen, ich habe auch noch keinen Kontakt nach drüben, vor mir ist auch noch kein Busch zum Brennen angefangen und habe gesagt, du musst das machen. Also allein aber das, was ich jetzt gelesen habe und was ich halt so von der Welt mitbekommen habe, es gibt genügend Hinweise und auch Beweise dafür, dass Menschen immer wieder mal inkarnieren. Aber was ist das jetzt mit diesen aufgestiegenen Meistern? Das habe ich schon so oft irgendwo aufgeschnappt bei Trunvalo Melchisedec, in der Blume des Lebens wird davon erzählt. Das hat irgendwas mit Atlantis zu tun. Hilf mir doch mal, das Bild ein bisschen korrekt zu rücken. Also für mich sind aufgestiegene Meister, sind für mich Wesenheiten, die einfach uns ein Schritt voraus sind. Waren die schon mal als Mensch hier? Manche waren als Menschen hier, manche nicht. Und wenn man zum Beispiel Wawamos nimmt, der Wawamos hat mir einmal erzählt, dass er Koch gewesen ist in der früheren Inkarnation. Moment, der hat dir erzählt, heißt nicht, der sitzt mit dir in einem Stuhl gegenüber, sondern das kommt als telepathische, in Worten, in Bildern, in Gefühlen oder in Faden? Entweder in Worte direkt, also dass ich den direkt höre, so als ob der neben mir wäre oder in mir. Das ist schwierig, das zu beschreiben. Also fremdlich, oder? Wenn da eine fremde Stimme spricht. Ja, du gewinnst dich dran. Nach 30 Jahren ist das ganz normal. Okay. Oder ich habe zum Beispiel, oder er kommt über Gedanken zu mir oder über Bilder, je nachdem. Und der Wawamos hat mir immer erzählt, dass er Koch gewesen ist in der frühen Inkarnation. Also einfach was total unspektakuläres. Also nicht jetzt unbedingt, ich bin irgendwie in Atlantis ein Priester sowieso gewesen, der jetzt irgendeinen Kristall da bewacht hat. Wie heißt der Wawamos? Wawamos. Wawamos. Das klingt eher wie so ein feuchtfröhlicher Kubaner. Das hört sich ja wie ein Wawamos. Ich weiß es schon. Das machen ja viele Leute da falsch, aber der heißt Wawamos. Und dann habe ich gefragt, ich habe gesagt, so einmal bist du Koch, also was soll das eigentlich? Dann hat er gesagt, ja, er wollte Menschen kennenlernen. Er wollte sich also mehr mit den Menschen beschäftigen, dass er die Menschen ihre kleinen Sorgen und Probleme sich vergegenwärtigen kann und erleben kann, wie sich ein Mensch dann fühlt. Und der Wawamos ist für mich auch der Lehrer, der eigentlich den Menschen am nächsten ist. Da kannst du also mit deinen kleinen Problemen kommen. Und dann gibt es welche, die sagen, hallo, das tut mir leid, also da habe ich jetzt dich ausgesucht hat und mit dir kommuniziert. Also normalerweise, wenn jetzt ich mit Menschen arbeite, in Einzelsitzungen, was ich ja eigentlich nicht mehr mache, weil jetzt mittlerweile mache ich das nicht mehr, ist eigentlich der Wawamos und der Kantor. Und Kantor ist ja der Heiler überhaupt. Aber so auf die Seminare, bei den Channeling-Ausbildungen sind unterschiedliche meist da. Also das spielt eigentlich keine Rolle. Und du lernst dann auch im Laufe der Zeit, also die Energien zu unterscheiden. Also ich weiß genau, welche Energie jetzt bei mir dann anklopfen würde. Kann ich sagen, okay, das ist jetzt der, das ist total cool, das ist jetzt der Jesus oder je nachdem, weil jeder eine andere Energie hat. Also mein erster Kontakt, oder wie soll ich das sagen, wenn ich von solchen Dingen höre, Channeling und sowas, also ich bin rein berufsmäßig für alles offen, also ich höre mir alles an, ich will mir von allem eine Weinung machen. Aber meine erste intuitive Einstellung zu solchen Sachen ist, ähm, so, ja, also ich habe ein paar Leute, ein paar Leute gesehen, die haben mit diesem Channeling wirklich komische Sachen gemacht. Das war mal in einem Kornkreis, in, wo war das, in Andex damals. Da hat dann eine Frau so eine Gruppenmeditation gemacht und hat dann plötzlich angefangen irgendwie zu erzählen, ja, sie spricht jetzt, Jesus spricht jetzt durch sie und unter uns befindet sich ein zwölf Meter großer blauer Kristall, durch den sie jetzt spricht und hat ihre Stimme verstellt und das war so offensichtlich, dass sie da jetzt gerade einfach nur sich zum Horst macht. Ja. Ich bin dann gegangen und andere auch, weil das so lächerlich war und so geht es ja vielen anderen auch, weil gerade wenn du in der Esoterik-Szene durchschaust oder so Fernsehkanäle oder Esoterik messen, da wird viel Schindluder getrieben mit diesen Themen. Ähm, wie, wie gehst du da mit dieser Kritik um? Ähm, dass Leute sagen, auch Wissenschaftler eben sagen, ja, das ist doch nichts Substantielles, das kann man nicht beweisen, das ist doch alles nur Geschäftemacherei. Was entgegnest du solchen Leuten? Nichts, ich kann nur sagen, was ich erlebe und das ist meine Realität, was ich erlebe und ich überlasse jeden anderen seine Realität. Und betrachte es auch nicht jetzt als Kritik, also dass ich mich dann dagegen wehe oder sowas, überhaupt nicht. Sondern wenn der andere sagt, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen, ist das okay für mich, dann versuche ich einen anderen Weg zu finden und mit dem Menschen zu reden. Also du bist nicht dogmatisch, also du sagst jetzt nicht, Mensch, hör doch zu, das ist für dich und so, sondern wenn einer sich nicht aufmacht, dann ist es halt nicht für ihn. Eben, also dann ist vielleicht auch die Zeit noch nicht da, dass er jetzt mit den Themen konfrontiert werden sollte. Und woher nehme ich das recht? An anderen irgendwas zum drüber stülpen, da gibt es genügend in der Esoterik-Szene, die das also mit wachsender Begeisterung machen. Und aus dem Grund hat ja auch das Channeling so einen schlechten Ruf. Wenn ich jetzt 30 Jahre zurückgehe, also ich habe vor 30 Jahren mit dem begonnen, vielleicht sind es sogar schon ein bisschen mehr als 30 Jahre, ist es so gewesen, dass das noch ziemlich neu war in Deutschland. Und ich glaube, dass ich irgendwie so eine der Ersten war, die also mit dem Thema gekommen ist, grundsätzlich. Und dann als der Boom aus Amerika immer stärker wurde und jeder hat sich dann aufgeschwungen, jeder hat gemeint, ich bin jetzt der Super-Channel und dann mache ich so ein Wochenendseminar und dann werden die auf die Leute loslassen. Und aus dem Grund hat einfach auch das Channeling oder überhaupt die komplette Esoter-Szene so einen schlechten Ruf. Weil das einfach für mich auch überhaupt nicht bodenständig ist. Ich bin ein sehr bodenständiger Mensch, ich bin ein misstrauischer Mensch und ich überprüfe viele Sachen. Ich überprüfe mich selber auch immer wieder. Also das ist für mich extrem wichtig, dass ich sagen kann, ich bin wahrhaftig in dem, was ich mache. Und ich lese auch keine esoterischen Bücher, weil du kriegst so einen Hals, wenn ich so viele falsche Informationen auf einen Satz lesen tue. Und wie viel gibt es, die kaufen sich ein Buch über einen Lichtkörper und machen ein Wochenendseminar draus. Hallo. Um einen Lichtkörper zu aktivieren. Die wissen gar nicht, was das bedeutet, weil sie sich energetisch null auskennen. Null. Und da gehört sich so viel dazu. Ich kann niemals an einem Wochenendseminar einen Lichtkörper aktivieren. Das möchte ich sehen. Okay. Also du bist mit mir einer Meinung, dass da viel Schindluder damit getrieben wird. Absolut. Und ich finde, man müsste das viel mehr an die Öffentlichkeit bringen. Also dass Menschen, die jetzt vielleicht wirklich in die Richtung gehen möchten, ernsthaft in die Richtung gehen möchten, um sich weiterzuentwickeln, die werden abgehalten von irgendwelchen Halbtrommlern mit einer Aussage, die du schmeißen kannst. Also ich finde das krass, was da abgeht. Den Begriff Halbtrommler, den finde ich gut. Ja, das ist ein bayerischer Begriff. Das heißt so viel wie jemand, der nur ein bisschen was daherredet. Ja, Halbtrommeln einfach. Macht nichts Gescheites. Ja. Okay, also für dich war das aber von Anfang an eine ganz andere Nummer. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast schon als Kind ganz andere Wahrnehmungen gehabt wie andere Erwachsene oder wie andere Menschen. Wie hat sich denn das für dich geäußert? Hast du plötzlich irgendwelche Stimmen gehört? Haben neben dir irgendwelche Wesen sich manifestiert und du hast als Kind Probleme gehabt? Weil man hat ja so seine Bilder im Kopf, wie sowas dann von Schatten gehen soll. Ja. Also es war für mich so, dass ich halt mit Naturgeistern geredet habe. Ich habe die gehört. Ich bin also im Dorf aufgewachsen, am Land aufgewachsen und war als Kind sehr, sehr viel in der Natur. Mein Vater hat mir in der Beziehung auch sehr viel Natur entgegengebracht. Und dann hat das einfach, ich habe das einfach gehört. Ich habe das gehört, manchmal ganz laut in meinem Kopf drin. Und als Kind war ich aufgrund von dem sehr einsam, weil die anderen alle gesagt haben, also mit der Verrückten darfst du nicht spielen. Und dann war ich halt viel alleine. Und da habe ich dann so einen Steinhaufen gehabt, auf dem ich immer gesessen bin. Und dann habe ich mich mit den Steinen unterhalten, denen habe ich alles erzählen können. Oder auch mit den Tieren. Also das war für mich, war das Realität. Also dein Umfeld hat befremdlich darauf reagiert. Natürlich, natürlich. Früher hat es solche Leute weggesperrt, wenn die gesagt haben. Ja, das haben sie nicht geschafft bei mir. Also haben sie halt im Endeffekt dann gesagt, mit derer darf keiner spielen. Bist du denn da die einzige in deiner Familie, die sowas macht? Oder sind alle in deiner Familie so hellsichtig oder feinfühlig wie du? Nein, eigentlich nicht. Meine Mutter ist halt Astrologin. Und die anderen, ja, ich habe noch einen Bruder, der hat die Musikapotheke, was auch ein ganz interessantes Projekt ist, also wo er halt Musik wirklich channelt. Und das ist eigentlich der einzige, alle anderen nicht. Ich habe noch drei Brüder insgesamt und die anderen zwei, die sind in der Beziehung gar nicht begeistert von sowas. Heute auch immer noch? Ja. Du machst halt dein Ding und sie wissen, dass du da was machst, aber so wirklich auf dem Seminar von dir waren sie noch nie. Einer war einmal mit dabei in Israel. Aber mein Gott, du weißt, ich bin nicht zum Missionieren da, verstehst du? Und ich habe auch gar keine Zeit, dass ich mich mit den Winzler da beschäftigen tue. Ich möchte mit Leuten arbeiten, die verrocke ich auch. Also die sagen, jawohl, genau so ist und ich gehe mit dir den Weg. Und wenn ich jetzt in der Ausbildung Leute habe und die sagen, ich will den Weg gehen, dann gehe ich mit denen durch alle Höhen und Tiefen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann kann ich nicht brauchen, wenn ich heimfahre zu meiner Mama, dass ich dann irgendwelche Winzler um mich habe. Das brauche ich nicht. Wenn die Winzler sollen, sollen sie winzeln. Aber ich bin nicht da, ihnen zu sagen, hey, pass auf, magst du so, magst du so. Weil sie wollen es eh nicht hören. Das machen viele und die sind dann enttäuscht von der Familie. Aber ist am besten, man lasst sie so. Man kann niemanden zwingen zu seinem Glück. Nein, nein. Kommen wir doch mal auf die Seminare selber. Du hast von einer Methode erzählt, die eben mit einem dieser Meister zu tun hat. Ich will jetzt gar nicht Wesen sagen, sondern mit dieser Bewusstheit. Der nennt sich Kantor. Ja. Kantor ist meines Erachtens auch ein Begriff. Bei den Juden gibt es doch den Kantor in der Synagoge, der da singt. Keine Ahnung. Das ist gerade eingefallen. Ja, das kennt sie zum Beispiel gar nicht. Ja, weil du oft in Israel bist. Ja, schon. Aber was habe ich mit den Juden zum schaffen? Nichts. Ich bin gegen jede Religion. Das kann ich öffentlich sagen. Weil ich finde, das ist ein Geheucheln vor dem Herrn. Ich bin katholisch aufgewachsen und habe bereits in der Kindheit bei meiner Mutter alles gesagt, also alles aufgedeckt, was die katholische Kirche als Fake darstellt. Und ich will mit der Religion nichts zu tun haben. Also weiß ich vom Jüdischen auch nichts. Also ich bin für jede Religion. Es soll jeder sich raussuchen, was er will. Ja, ich bin. Ich habe meine gefunden. Das ist Spiritualität oder im Prinzip der Glaube an ein höheres, allumfassendes Mutter-Vater-Schöpfer-Konstrukt. So vielleicht. Aber Kirche bin ich mit dir. Ja, mit dem gehe ich konform. Aber alles andere, was da kreucht und fleucht, tut mir leid. Das ist nicht meins. Das ist zum Teil zum Zerstreuen. Ja. Da sind wir uns einig. Aber für mich ist jeder, wenn er sich, egal ob er Inshallah sagt oder Lehitrahot oder Gott gegrüßt, das ist mir eigentlich wurscht. Ja, das ist, es geht nur darum, Mensch als Mensch sozusagen. Aber dieser Kantor, dieser Kantor hat jetzt eben nichts mit der Synagoge zu tun. Der kommt in deinen Seminaren immer vor. Du hast eine Methode, die nennt sich Kantor Holistic Touch. Das ist quasi auch die Methode, die du lehrst, die du den Leuten weitergibst. Ja. Was ist der Kern dieser Botschaft oder der Kern dieser Lehre eigentlich? Also der Kern dieser Lehre ist, dass ich auf die Ursachen gehe mit Kantor Holistic Touch. Das ist einfach eine Heilmethode. Da gehe ich auf die Ursachen von Krankheiten, um diese Ursachen jetzt zu lösen. Oder wenn man jetzt ein gewisses Muster hat, Verhaltensweisen, psychisch gestört ist oder wie auch immer, gehst du mit dieser Methode mehr oder weniger auf die Ursache, um die Ursache zu lösen. Und dann löst du eine Kettenreaktion aus, energetisch. Dass ein Mensch eigentlich bewusst wird. Also der Mensch muss mitarbeiten. Es muss einem Menschen bewusst werden, welche Ursache er gesetzt hat. Das heißt, wenn der Mensch gar nicht bereit ist dazu, sich auf das einzulassen, wird es auch gar nichts bringen, oder? Ja, es bringt schon was, aber nicht den Erfolg, den es bringen könnte. Okay. Es ist halt auch wichtig zu erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen habe, der jetzt eine Krankheit hat, dann muss man schauen, wann hat die Krankheit angefangen. Was ist eigentlich die Ursache dafür, dass dieser Mensch diese Krankheit gekriegt hat? Und in dem Moment, wenn das in mein Bewusstsein kommt, dann kann ich ganz anders arbeiten damit. Und so geht eigentlich Kantor Holistic Touch vor. Es hat eine ganzheitliche Methode. Und es ist total spannend. Du kannst jetzt aber kein Heilsversprechen machen, so nach dem Motto, hör dir das an, was die Stimme in meinem Kopf zu dir sagt, und danach bist du wieder gesund. Das funktioniert nicht. Nein, vor allen Dingen ist, ich finde es sowieso unverantwortlich, ein Heilsversprechen zu geben. Ich habe 20 Jahre lang mit Austherapierten gearbeitet. Was heißt Austherapierten? Leute, die von der Medizin aufgegeben werden? Genau, von der Medizin geht es ums Sterben, so ungefähr. Okay, ja. Oder wir können nichts mehr machen. Was jetzt auch psychische Krankheiten anbelangt, stehe ich ja auch meistens an. Also ich finde, dass Medizin in der Beziehung noch ziemlich weit hinten ist. Es gab so super Methoden, die man da nutzen könnte, um jetzt gerade solchen Menschen zu helfen. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt wirklich austherapiert ist, dann ergreift der jeden Strohhalm. Und wenn ich denen jetzt ein Heilversprechen machen tue, dann bleibt mir der bis zum Tod. Und der zahlt jedes Mal. Aber wenn ich nichts mehr machen kann, dann muss ich aber auch so fair sein und sagen, tut mir leid, ich kann nichts mehr machen. Und ein Heilversprechen ist für mich immer so eine Gratwanderung. Also ich würde es jetzt nicht tun. Okay. Und kommt dann da so eine Regieanweisung durch, dass so nach dem Motto, da sitzt einer, der hat ein Leberproblem, der muss jetzt den und den Saft trinken und muss sich mit seiner Frau versöhnen oder sich trennen. Kommt da so eine Art Betriebsanleitung zur Heilung? Betriebsanleitung zur Heilung ist gut, das muss man merken. Nein, es ist eigentlich ja so, erst einmal sehe ich ja feinstofflich seit 30 Jahren. Also ich kann ja, wenn jetzt jemand vor mir liegt, dann kann ich den praktisch auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Also da sehe ich dann viele Sachen, sowohl es jetzt das feinstoffliche ist, wie aber jetzt auch das physische. Was heißt feinstofflich, die Aura? Genau, Aura, die ganzen Feinstoffkörper, wir haben ja mehrere. Bei mir jetzt quasi auch sozusagen. Ja, könnte ich. Könnte ich, ja. Also man muss auch wissen, dass man das einstellt und wieder abstellen kann. Ah, okay. Weil wenn du immer feinstofflich sehen würdest, dann darfst du durchdrehen. Okay, ja. Also wenn jetzt jemand vor mir liegt, dann kann ich den lesen, auf Deutsch gesagt. Und dann weiß ich schon, was Sache ist. Aber du baust einen Filter ein, dass du nicht die ganze Zeit lauter Strahlenkränze siehst oder so. Also wie das bei mir begonnen hat, das feinstoffliche Sehen, das war ja auch so eine Sache. Also nach zwei Jahren Ausbildung von einem aufgestiegenen Meister, da bist du ja eh schon als misstrauischer Mensch, bist du ja eh schon kurz davor, dass du sagst, jetzt bin ich gleich so weit, jetzt holen sie mich ab mit den weißen Turnschuhen, weißt. Und dann waren die Amerikaner, in Rengsbruch habe ich für die ein Seminar organisiert. Und dann haben wir gedacht, ja für die Ami war es noch schön, in den Biergarten und so, war Sommer. Dann haben wir in den Biergarten gegangen und ich habe, ich schwöre, noch keine einzigen Tropfen Bier gehabt, nichts. Und auf einmal macht es mit mir in den Kopf so ein Klick und ich sehe alles wie in der, wie sagt man, wie so ein Stampel beim Fernsehen. Wenn ich irgendwie in der Fernsehspiele, dann habe ich so einleitert, so kleine Dingerl. Und so hat das dann ausgeschaut, das war auf einen Schlag nichts mehr fest. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es soweit, ich habe es gewusst, jetzt ist es soweit, jetzt holen Sie die, also jetzt löst Sie die auf, so quasi. Weil der ganze Stuhl, das ist nichts mehr fest. Und dann war eine dabei von den Amerikanerinnen, die hat dann gecheckt, was da abgeht bei mir. Und die hat mir dann geholfen. Also die hat mir dann gezeigt, wie ich das ein- und ausschalten tue, dass ich der Chef bin. Dass ich diejenige bin, die wohl bestimmt, was da passiert. Und so hat das angefangen. Also und du kannst dann mit Hilfe von dieser Methode, oder nicht Methode, mit dieser Eigenschaft, kannst du dann quasi Defizite erkennen, wenn da, ich sage es jetzt mal laienhaft ausgedrückt, wenn da so eine Delle im Energiefeld ist oder eine Farbveränderung, dann siehst du, okay, normalerweise müsste es so ausschauen, es sieht aber so aus, also ist da das Problem, oder? Ja. Okay, okay. Es ist halt auch, also gerade bei CHT ist es eine recht allumfassende Ausbildung, weil du musst... CHT, Kanto-Holistik-Tatschung heißt das, ja, okay. Genau, es hat eine recht allumfassende Ausbildung. Also ich will ja, dass das alles fundiert ist. Ich habe auch Ärzte und Therapeuten zum Ausbilden. Mittlerweile kommen sogar immer mehr Ärzte, wo ich total froh bin drüber. Und das sind drei ganze Wochen, weißt du, das ist nicht ein Wochenend-Seminar. Und selbst wenn die drei ganzen Wochen vorbei sind, geht es dann praktisch auch nochmal weiter, haben die Möglichkeit jetzt einen Coach zu machen oder andere Module zu besuchen. Weil wenn ich nicht verstehe, wie die Energie laufen tut, was die Energie mit uns machen tut, wenn ich jetzt zum Beispiel bei CHT einen Punkt aktiviere, also ich drücke jetzt hier einen Punkt, dann tut der was. Der löst also praktisch eine energetische Kettenreaktion aus. Und wenn ich keine Ahnung habe von Energie, und Energie sei immer logisch, wenn die nicht mehr logisch ist, stimmt irgendwas nicht, ja, dann weiß ich gar nicht, was ich tue. Und wenn ich als Therapeut arbeite, muss ich wissen, was ich tue, was ich auslöse, warum ich es auslöse und wo es hingeht. Ich würde gerne mit dir das Gespräch auch in die Richtung ein bisschen bringen, so wie du diese Welt momentan siehst. Also du arbeitest energetisch seit vielen Jahren, du hast hunderte, vielleicht tausende Patienten oder Besucher da gehabt, du bildest Ärzte und Therapeuten aus selber. Und trotzdem ist es in unserer Welt so, dass mit diesen Themen man nicht wirklich auf offene Türen stößt. Also das ist eher das Gegenteil der Fall, weil eben so viel Schindluder damit betrieben wird. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Siehst du denn eine Chance, dass da in der Zukunft für die Menschen da so eine Art Wandel stattfindet, dass sich immer mehr Menschen jetzt diesen Dingen öffnen? Also wir sehen ja eine Welt im Wandel, wirklich die ganzen Systeme fallen auseinander, ob das jetzt politisch ist mit dem großen Wechsel in Amerika, gerade eben vor ein paar Tagen die Wahl gewesen und jetzt ist alles auf neu, keiner weiß, was passiert, die Wirtschaft wird nicht mehr so wie früher, die Technik, alles scheint irgendwie so ausgereizt zu sein. Siehst du da einen Wandel auf uns zukommen und vor allem, wie beurteilst du das? Also ich finde schon, dass ein Wandel ist und ich finde den Wandel auch gut. Man kann ja nicht stehen bleiben. Also ich finde, das Allerschlimmste ist, wenn ich in dem Hamsterrad drinnen sitzen bleibe und ich gehe aus meinem Hamsterrad nicht raus. Also muss irgendwas passieren, damit ich aus dem Hamsterrad rausgehe. Und momentan, also ich finde, eskaliert einfach alles. Und es kommen ja viele Sachen, viele Themen kommen ja an die Oberfläche, die vorher da geschwiegen worden sind. Also es ist einfach, auf einmal steht das da vor einem Tablett. Und ich denke, dass viele Menschen auch ein Problem haben damit, weil ihr bisheriges Weltbild, an dem sie festgehalten haben, auf einmal nicht mehr existent ist. Und man baut sich aus einer heilig, heilig kleinen Welt. Und dann passieren sich eine Sachen, wie jetzt der Trump. Dann meinst du schon, die Welt geht runter so ungefähr. Aber das hat es immer wieder auch gegeben. Also wenn ich so die 30 Jahre zurückschaue, es hat immer wieder so Wandel gegeben und immer wieder auch so Hiobsbotschaften. Also was mit der Erde jetzt passiert und jetzt wird das passieren und das passieren und wir werden das verlieren und dann haben wir auf einmal kein Geld mehr und weiß der Geier was alles. Aber wenn ich die Hoffnung nicht halte, dass es weitergeht, dann könnt ihr mich am Schlag einsalzen lassen. Dann könnt ihr mich auch graben. Dann vergrabe ich mich in meinem Bunker in Blaubeiwoll und sage, und tschüss. Aber ich habe die Hoffnung einfach. Und das treibt mich auch an. Es ist einfach für mich, wie soll ich das sagen, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Herzblut, diese Arbeit zu machen. Ja, ich merke schon. Und da halte mich keiner auf. Und wer mich kennt, der weiß, dass es ganz schwierig ist, wenn ich für irgendwas brenne, dass mich irgendjemand aufhalten tut. Was bist du für ein Sternzeichen? Waage. Waage. Aber mit Löwe-Ascendent, muss ich dazu sagen. Ja, ich kenne mich zu wenig aus. Ja, ohne meinen Löwen wäre ich schon längst untergegangen. Den brauche ich schon. Ja, also die Zeilen stehen auf Wandel, in welche Richtung auch immer sich die Welt verändern wird. Und gehst du davon aus, dass unsere geistigen Begleiter oder unsere geistigen Lehrer, dass die hierher kommen, um uns da quasi wie kleine Schulkinder an die Hand zu nehmen und uns auf den richtigen Weg bringen? Ist das quasi die naive Vorstellung, die man da entwickeln kann bei diesem Bild von aufgestiegenen Meistern und so? Also, so wie ich, durch meine Erfahrung kann ich nur sagen, also dass halt die aufgestiegenen Meister, wir Freunde sind, die uns begleiten, die uns Möglichkeiten aufzeigen und die uns aber auch die Wahl lassen, ja oder nein zu sagen. Und vor allen Dingen geht es also bei den aufgestiegenen Meistern um das, dass sie sagen, hey, da du Eigenverantwortung, alles was da passiert in deinem Umfeld, da hast du auch deinen Anteil dran. Und je mehr, dass du in die Eigenverantwortung gehst oder je mehr, dass du Schöpfer deiner eigenen Realität bist, desto mehr wird sich was verändern. Und das ist für mich einfach auch der Bewusstseinswandel, dass jeder bei sich selber anfangen tut und nicht sagt, so, jetzt haben wir eine Merkel oder jetzt haben wir einen Trump oder wie sie alle heißen und die sind schuld. Sondern man muss wirklich auch bei sich jeden Tag arbeiten, an sich selber. Also das heißt, die kommen nicht her und führen uns dann ins gelobte Land. Nein, sicher nicht. So quasi geistig, sondern das ist eher so ein Arschtritt. Ja, kennst du irgendeinen Politiker, der jemals irgendjemanden ins gelobte Land geführt hat? Nein, ich habe jetzt, die Politiker sowieso nicht, aber ich habe jetzt unsere geistigen Helfer gemeint. Nein, die auch nicht. Dass die quasi zu uns kommen und sagen, jetzt übernehme ich mal für dich und du legst dich dann in die Hängematte, sondern man wird quasi vom Universum so in den Arsch getreten, wenn du nicht in die Eigenverantwortung kommst, dann passiert hier auch nichts. Also Hilfe zur Selbsthilfe, mehr oder weniger. Ja, ja. Also sie lösen keine Probleme für uns. Das müssen wir schon selber machen. Weil warum sollten sie für uns Probleme lösen? Du lernst nichts draus. Also es geht ja immer um das, dass das auch ein Lernprozess ist, dass jeder Mensch einfach auch mal checkt, was er eigentlich als Wesenheit auf dieser Erde alles bewirken kann. Und dass man auch mal schaut, was man für einen Gedankenmüll eigentlich verbreiten tut am ganzen Tag. Ja. Oder die ganzen Befürchtungen, die ich habe, das ziehe ich in mein Leben. Ich habe Angst vor dem, ich habe Angst vor dem, ich habe Angst, dass man gekündigt wird oder sonst was. Ich ziehe das automatisch in mein Leben. Ich habe den Kindern von der Schule an schon eingebläut und dann in den Medien weiter Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Krankheit, Angst vor Tod, Angst vor Krieg und so. Das ist ja, das Kontrollsystem existiert ja mit Angst, mehr oder weniger. Ein Mensch, der Angst hat, ist nicht frei und kann sich nicht geistig entwickeln und so. Mir ist gerade eine Frage eingefallen, die jetzt auch gut zu dem Thema passt. Wenn es Helferlein gibt auf der anderen Seite, gibt es denn da auch Leute, die uns auf der anderen Seite nicht so gut verstehen? Also hast du da auch Kontakte gehabt, dass sich die falschen Kräfte an dich mal angeheftet haben und du die loswerten musstest? Weil, ich sage es jetzt mal frei raus, dass gewisse dunkle Kräfte hier auf dieser Erde am Wirken sind, das kann jeder erkennen, der nur die Tagesschau einschaltet. Dass da irgendwas schief läuft, das kann man nicht nur auf den bösen Menschen zurückgreifen. Wie gehst du mit diesen Gedanken um und vor allem, was können wir dagegen tun? Also ich kann nur sagen, dass es sowohl die hölle Seite gibt, wie auch die dunkle Seite. Also es gibt aufgestiegene Meister, die jetzt auf der lichtvollen Seite sind, es gibt aber dieselben Kräfte auf der dunklen Seite genauso. Habe ich selber schon erlebt, also mit so einem Meister und das ist nicht witzig. Also da hängst du dann ganz schön die Seilen leer. Wie hat sich das geäußert? Hast du dann plötzlich in der dunklen Stimme geredet oder war das so poltergeistmäßig? Nein, nein, das war damals bei einer Israel-Reise, da war ich alleine mit einer Gruppe und in der Früh hat dann mein Handy geläutet, obwohl es gar nicht läuten konnte, weil es ausgeschalten gewesen ist. Und dann bin ich so im Halbschlaf und habe das Handy ausgemacht und dann ist ein kopfloses Wesen in der Ecke gestanden. Und der hat auch nicht gesprochen, sondern ich habe den gehört in meinem Kopf drin und der hat mich dann bearbeitet. Also der hat mir dann elektrische Ströme durch den Körper durchgeschickt, dass er mir gedacht hat, aus ist es. Und er hat dann auch gesagt, er werde mir das Liebste nehmen, was ich habe. Und ich wusste also, dass der Martin an dem Tag unterwegs gewesen ist, also mit dem Auto. Und er wollte halt unbedingt, dass ich praktisch aus meiner Herzenergie rausgehe. Und ungefähr 10 Jahre vorher, 15 Jahre vorher, hat der Babamos mir mal gesagt, sollte mir das passieren, jemals passieren in meinem Leben, dann muss ich in der Liebe bleiben. Und das war für mich die allerschwierigste Erfahrung, die ich jemals gehabt habe. Es ist nichts passiert? Nein, ich habe körperliche Schmerzen gehabt ohne Ende, aber ich bin einfach in dieser Liebe drin geblieben. Es ist dann wohl was passiert bei uns daheim, also der hat dann praktisch, also einer von unseren Hund ist dann umgekommen. Und wir haben das schon einmal gehabt, also Schwarz-Magisch-Stil, wo dann bei mir nichts bewirkt haben können, die sind dann auf unsere Tiere losgegangen. Da haben wir schon einige Erfahrungen gemacht und du kannst eigentlich, wenn du wirklich mit so etwas Bösartiges zu tun hast, wie ich das damals gehabt habe, in Israel, dann kannst du nur eins machen, wirklich in der Liebe bleiben. Und die dann, die so provozieren, die machen alles, die schicken die grausamsten Bilder und du musst in der Liebe bleiben. Das war für mich einfach die schwierigste Prüfung in meinem ganzen Leben, wo ich bisher gehabt habe. Okay, okay. Aber wie gehen wir normalen Menschen damit um, quasi, gegenüber solchen Angriffe, kann man sich ja fast gar nicht wehren. Ich glaube, dass die meisten das gar nicht merken. Ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht merken. Also wir haben so viele Astralwesen, wir haben siebenmal so viele oder achtmal so viele Astralwesen da auf der Erde wir Menschen sind. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil das sind, ja, weil ich wollte ja alles live erleben. Ich habe immer gesagt, wenn ich etwas nicht sehe, wenn ich es nicht spiele, gibt es es nicht. Also ich muss alles live erleben. Und darum habe ich auch alles live erlebt. Und auch das mit den Astralwesen, wo ich gesagt habe, da kommt es alle her in einem irischen Pub drin, dass ich nicht mehr habe gehen können, weil die ganzen Negativenergien an mir druckhaftet sind. Also habe ich gewusst, die gibt es. Und gesehen habe ich es ja auch und kreislich ausschauen dann auch. Aber ich denke einmal, dass viele Menschen das gar nicht wahrnehmen dann, dass sie das gar nicht merken. Und was mich jetzt am meisten fasziniert, ist natürlich wirklich dieser Blick auf die andere Seite hinüber. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe leider noch nie die Möglichkeit gehabt, oder was heißt leider, ich konnte noch nie auf die andere Seite gucken, vielleicht ist es ja auch ganz gut so. Aber ich habe ein wichtiges Buch gelesen von Dr. Eben Alexander, vielleicht kennst du das, Proof of Heaven heißt es. Das war dieser Hirnchirurg, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, als er selber eine schwere Hirnhautentzündung geklückt hat. Und er selber ist vom Saulus zum Paulus geworden, weil er ja jahrzehntelang Patienten hatte, die nach der OP zu ihm gesagt haben, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe Gott getroffen. Und da hat er das immer als quasi Reizreaktionskisten von einem sedierten Hirn zurückgeführt. Und er selber ist dann in einen Koma gefallen mit Überlebenschance 3%, wenn überhaupt, dann nur noch schwerstbehindert danach. Er ist vollkommen gesund und hat ein Buch geschrieben, eben dieses Proof of Heaven, was den deutschen Titel ist leider nicht, Dr. Eben Alexander, dass er eben auf der anderen Seite war und hat da beschrieben, was er erlebt hat. Und da gab es eben auch so diesen dunklen Moment am Anfang und diese lichten Ebenen, die er hatte. Und das ist ein Gedanke, der mich seitdem nicht mehr loslässt, dass es da diese andere Seite definitiv gibt. Ich bin fasziniert davon, weil irgendwann wird diese biologische Einheit aufhören zu existieren und danach geht es weiter. Ich frage mich nur, wohin und wie kann ich mich, das ist vielleicht jetzt die konkrete Frage da, wie kann ich mich denn da schulen, dass es auf der nächsten Seite weitergeht oder dass ich bereit bin, auf die nächste Seite zu gehen? Ich weiß nicht, ob man das wirklich schulen kann. Weißt du, ich will ja jetzt nicht in dem Dunkel hocken, wie der dann am Anfang war, sondern ich will ja dann, dass es richtig weitergeht. Und muss ich ein guter Mensch sein dazu, muss ich einfach nur schauen, dass ich mein Leben gut in den Griff kriege, wie komme ich in den Himmel? Also ich denke mal, dass es mit dem Bewusstsein zusammenhängt. Also mit dem Bewusstsein, mit dem ich sterbe, dementsprechend erschaffe ich mir das auf der anderen Seite. Also wenn ich jetzt stirbe und ich glaube jetzt zum Beispiel ans jüngste Gericht, was in der Bibel, die Katholen sagen das ja, jüngstes Gericht, und wenn ich an das glaube, dann hocke ich da und warte, bis die endlich einmal anfangen zum Posaunenblasen. Verstehst? Okay. Also ich stirbe und warte aufs jüngste Gericht. Kommt nicht. Scheiße. Danke. Ja? Wenn ich aber jetzt ein Bewusstsein habe, dass ich weiß, wie meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter wird jetzt 87 Jahre alt, meine Mama hat sich mit meinem Leben nach dem Tod auseinandergesetzt. Also das ist für sie, ist das was, was sie sagt, sie weiß, dass sie einen wunderbaren, schönen Übergang haben wird. Sie weiß genau, was sie dort erwarten wird. Sie hat ihren Frieden. Sie hat eine Vorstellung, genau. Sie hat eine Vorstellung davon, was sie dort erwarten wird. Im schönen, im schönen Sinn. Nicht irgendwie jetzt in einem dogmatischen Sinn, dass ich jetzt so, wow, jetzt habe ich dann Fegefeuer und Teufel und was da geil, was alles, sondern ein nahtlos schöner Übergang. Wenn mein Vater gestorben ist, ich habe die ersten 14 Tage mit meinem Vater Kontakt gehabt. Mein Vater ist natürlich auch katholisch geprägt, katholisch aufgewachsen und hat immer sehr, sehr viel Angst gehabt vor dem Tod. Und wie der dann gestorben ist und ich habe gesagt, Papa, ich habe den Stehsing einfach ganz verloren, wo nichts um ihm um mich war. Und ich habe gesagt, Papa, denk einmal an deinen Vater. Denk an deine Mutter. Und in dem Moment sind die da gewesen und haben ihn mitgenommen. Ah, okay, der ist zwischengehangen noch. Genau. Der konnte sich nicht loslösen sozusagen. Genau, weil auf einer anderen Ebene, wenn du was denkst, ist das schon da. Also rein energetisch haben wir im Denken langsamer, wie sich die Energie bilden tut. Und ich sehe das ja, also zum Beispiel bin ich jetzt mit jemandem CHT-Macher da. Ich arbeite jetzt mit dem, also katholisch, ich arbeite mit dem und ich sage jetzt zu dem, denk an Grün. Das Grün ist so schnell da, so schnell kann der gar nicht denken. Und durch den Umstand, dass ich sehe, dass das passiert, weiß ich es. Wenn ich es jetzt nicht sehen würde, dann wäre ich der Zweifler von dem Herrn. Aber ich weiß das. Und so erschaffst du dir auch dein ganzes Umfeld, deine ganzen Welten. Also unsere Gedanken und Gefühle machen da sehr, sehr viel aus. Und wenn ich mein Bewusstsein dementsprechend entwickeln tue, wie zum Beispiel jetzt meine Mama, die sagt da so, die hat da überhaupt kein Problem damit. Die hat auch nicht die Angst davor, dass jetzt da irgendwas Schreckliches kommen wird. Und selbst sie, die erzkatholisch ist, weiß, dass also da nicht der Teufel und der Fegefeuer wird auf sie. Wie ist sie denn körperlich? Geht es ihr gut oder ist sie halt jetzt 87 mittlerweile? Ja, sie ist fast blind, sie kann also fast nicht mehr gehen. Aber sie hat das nicht. Still alive. Also sie stirbt seit mehreren Jahren. Sie bereitet sich ja ständig drauf vor. Sie stirbt und immer wenn ich sie besuche, dann sagt sie so, das Weihnachten überlebe ich nicht mehr. Also Mama, haben wir schon vor ein paar Jahren gehabt. Aber sie ist einfach geistig total fit. Also sie ist auch mit der Astrologie, da kannst du mit der noch über Sachen reden. Also das ist echt enorm. Ich möchte zum Schluss von unserem Gespräch noch gerne ein Thema ansprechen, das mir auch sehr am Herzen liegt. Du hast vorhin von deinen Reisen, von euren Reisen nach Israel erzählt. Und da geht ihr jetzt nicht an den Tempelberg zum Beten, sondern ihr macht eine ganz andere Geschichte. Ihr macht Delfinreisen. Genau. Warum Delfine und warum Israel? Das gibt es doch auf der ganzen Welt. Ja schon. Aber wieso gerade Israel? Also das kann ich dir schon sagen. Wir haben das erste Mal, wenn wir mit Delfinen geschwommen sind, waren wir in Mexiko. Und die Delfine sind natürlich trainiert. Also du gehst da rein zu den Delfinen, du kannst sie anfassen, streicheln, tralala. Wie in einem Delfinarium? Genau. Na wie ein Becken. Ist schon ein Seebecken, aber es ist einfach so, dass die halt trainiert sind. Und der Martin und ich waren in Urlaub und sind also dort das erste Mal mit Delfinen geschwommen. Waren also eine Stunde mit den Delfinen zusammen. Sind also raus, ohne Worte. Was bei uns zwar äußerst selten ist. Also wer Martin und mich kennt, der weiß also ohne Worte ganz schwierig. Und dann sind wir da raus, sind wir in die nächste Bodega rein, haben wir sich aus so einem Humpenbier gestalt, damit wir wieder geerdet gewesen sind. Tränen sind uns runtergelaufen, alle zwei. Mariachi haben gespielt, besser mit Muccio, weil sie gemeint haben, wir waren aus einem anderen Grund. Auf jeden Fall haben wir dann damals gesagt, so, also wir müssen, unsere Familien, alle müssen unbedingt mit Delfinen schwimmen. Was ist da passiert? Was war das? Weil es berührt dich so auch im Herzen. Es berührt dich einfach total im Herzen. Da kannst du, das kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben, Robert. Also das war für uns ganz klar, wir müssen unbedingt unsere, unsere Menschen, die wir lieben, zu den Delfinen bringen. Okay. Und dann sind wir zurück nach Deutschland und dann haben wir sich einmal schlau gemacht, wo kann man denn das machen? Und überall auf der Welt war das im Endeffekt so, also dass Delfine trainiert sind, dass sie eingesperrt sind. Also das ist alles, wir lieben beide Tiere über alles und dann haben wir gesagt, also nein, das geht nicht. Also so können wir das nicht machen. Dann ruft der Kunde noch und dann sagt sie zu mir, erzähle ich ihr das, die Erfahrung mit den Delfinen, dann sagt sie zu mir, wieso geht es nicht nach Israel? Dann sage ich, Israel? Israel haben wir überhaupt nicht am Schirm gehabt. Wer geht schon freiwillig nach Israel? Hallo? In den Medien wird da ständig immer gesagt, hey, da aufpassen, Bombe und so und überhaupt, geht doch keiner nach Israel. Dann haben wir gesagt, ja okay, wenn das so ist, wir gehen mal nach Israel. Weil Angst oder sowas kennen wir eigentlich nicht, weißt du? Also wenn meine Zeit vorbei ist, dann gehe ich aus dem Blaubewald aus in der Bamfalle um und das war es dann für mich, weißt du? Also dann haben wir nach Israel gegangen und haben uns das Delfinen Riff angeschaut und dann haben wir total begeistert, weil die Delfine einfach nicht trainiert werden. Die sind, kannst du sagen, halbwüllt. Also mit denen wird eigentlich in der Beziehung gar nichts gemacht. Die können frei ins Meer aussehen, die sind also nicht eingesperrt. Also es hat einfach alles gepasst für uns. Und das war damals im Juni, im Übrigen haben wir nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum Delfin Riff. Und das war im Juni. Und dann haben wir im September mit der ersten Gruppe mit 20 Leuten dort gewesen. So hat bei uns Israel angefangen. Und Israel oder die Israeli an und für sich ist ganz, ganz ein spezielles Land. Also wir haben ganz Israel bereist, wir haben mittlerweile viele, viele Freunde in Israel und ich finde es halt immer schade, was so in die Medien gebracht wird, weil es ist so einseitig und man wird überhaupt nicht geschaut, was ist eigentlich der Hintergrund oder wie sind die einzelnen Menschen überhaupt drauf. Ja, und jetzt sind 20 Jahre vergangen und wir waren jetzt erst wieder bei den Delfinen. Es war wunderschön. Wir haben also unsere Erfahrungen gemacht mit den Delfinen in vielfacher Form. Also ich habe eine Erfahrung gemacht, ich muss jetzt, muss ich noch verzeihen. So viel Zeit hoffe ich haben wir noch. Wir haben die Zeit der Welt. Gut, also es hat im Delfinenriff einen Delfinen gegeben, der hat Shandy geheißen. Der ist im Delfinenriff geboren und wir haben den natürlich erkennt als Baby schon und so. Und wie der Shandy dann einmal so acht Jahre ungefähr alt geworden ist, hat sich der Shandy in mich verliebt. Und das war eine von den krassesten Erfahrungen in meinem Leben. Also ich meine, so ein Delfin hat ungefähr drei Meter ist ein Muskel, gell? Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Fischl. Ja, und dann bin ich ins Wasser reingegangen mit der Gruppe zum Schnorcheln, weil ich bin aber zum Schnorcheln gegangen, ich habe immer die Problemfälle gehabt, die war dann Kopf nicht unter Wasser da können und ha, ha. Auf jeden Fall kommt der Shandy her, nimmt mich an der Hand und die Zähne von dem Delfin sind so scharf wie eine Rastzieglinge. Okay. Also du ziehst deine Hände nicht zurück, okay? Okay. Also ich mit der Hände, dann bin ich mit ihm raus, jetzt ist er geschwungen mit mir raus, und dann hat er mich endlich auslassen und dann habe ich ihn geschimpft und dann ist er vor mir gestanden und immer so Ja, und dann ist die Beziehung immer, immer mehr und mehr. Der hat immer schon gewartet auf mich, wenn ich ins Wasser gegangen bin, ist er schon da gestanden. Dann waren wir mit der Gruppe einmal beim Schnorcheln und da haben wir eine Amerikanerin dabei gehabt, und ich drehe mich so am Rücken und schaue, ob Rosi schon wieder untergegangen ist oder nicht. Und in dem Moment kommt der Shandy von unten rauf und nimmt mich auf seinen Rücken. Also ich bin so auf seinen Rücken gelegen und im Dolphin-Riff geht ein ganz großer Y-Steg raus, also da sind dann die Leute, die waren da Zuschauer und so und ich liege auf dem Rücken von dem Delfin. Du musst dir vorstellen, Neobrinnanzug, Flossen, Taucherbrille, Schnorcheln. Die Leute haben alle gemeint, das ist eine Sondereinlage vom Dolphin-Riff, die haben alle zum Klatschen angefangen. Und ich bin im Shandy ab. Dann habe ich versucht, also von einer Seite, dass ich von den Delfin runterkomme, dann hat er dagegen gehalten, hast du keine Chance. Und dann haben wir gedacht, ja okay, gut, da ist das Gate, und da ist Jordanien, da ist Saudi-Arabien, irgendwo werden wir schon rausgekommen. Und dann hat er mich aber kurz vorher runterlassen und dann ist er neben mich hergeschwommen wieder die ganze Zeit. Also der Delfin, das war ein echter Hammer. Ich konnte gar nicht mehr ins Wasser rein gehen, weil der hat mich so... Also der wollte mich nur für sich haben, weißt du? Ich merke schon, du hast eine sehr innige Beziehung zu diesen Wesen. Aber was ist es an diesen Wesen, was uns so fasziniert? Sie haben ja leider fast, oder wie soll man sagen, von der Optik her, die lächeln ja immer, obwohl es vielleicht gar nicht immer zum Lächeln ist, was sie für ein Leben haben in den Delfinarien. Stimmt. Aber was ist es, warum Menschen bei Delfinen so abgehen? Auch therapeutisch, es wird ja sehr oft auf der ganzen Welt eingesetzt, bei autistischen Kindern, bei Spastikern, bei Menschen mit anderen Problemen, dass die Delfine irgendwie eine Art Lösung verursachen. Was hast du da erlebt und warum sind die Delfine für uns so wichtig? Also ich finde, dass Delfine uns Menschen sehr ähnlich sind. Also dass die viele Eigenschaften haben, die wir Menschen auch haben. Sie leben es halt vielleicht in einer anderen Leichtigkeit. Meinst du jetzt Charaktereigenschaften oder so? Also die, die können ganz schön fighten miteinander. Also die, die sind auf der anderen Seite, ist ein Familienverband. Wenn da irgendeiner blöd tut in der Familie, dann wird der bestraft. Also da gibt es schon ganz schöne Sachen, wie bei uns Menschen genauso. Aber das, was sie eigentlich berühren bei uns Menschen, ist wirklich das Herz. Wirklich das Herz. Also einfach, das ist wie ein Virus, den was du dann drinnen hast im Herz. Und was du einfach auch, sobald du einen Delfin siehst, arbeitet das in dir. Und Menschen verändern sich auch, wenn die mit Delfinen schwimmen. Also wir erleben das immer wieder, dass die einfach als anderer Mensch rauskommen vom Wasser. Kannst du es konkret machen? Ich kann es nicht konkret machen. Ich kann nicht sagen, die machen das oder das oder das. Ich glaube also, dass sie uns, weil sie dann uns erst kennen mit ihrem Sonar, ich glaube also, dass die bei uns auch gewisse Resonanzen aktivieren, dass wir mehr in Leichtigkeit kommen zum Beispiel, dass wir mehr in Lebensfreude kommen. Das ist auch das, was ein Delfin, wenn man die Springer sieht oder wenn man die Spüllen sieht, was da für eine Aktion stattfinden tut, für eine Energie. Und dass das bei den Menschen ankommt und dass die Menschen sich da eine Scheibe runterschneiden, weißt du, und sagen, hey, wow. Die kommen teilweise aus, die sind in Tränen aufgelöst, weil sie einfach so stark berührt worden sind von den Delfinen. Andere, die sind total leicht und lachen. Das ist so unterschiedlich. Und wie gehst du mit dem Argument um, dass die Delfine ja auch so eine Art aufgestiegene Meister sind und irgendwelche höher entwickelten Wesen von Plejaden, Aldebaran oder sonst wo hergerutscht sind hier? Was hältst du von dem Argument? Du kennst mich jetzt mittlerweile. Bisschen, ne? Also ich halte da gar nichts davon. Überhaupt nichts. Weil es geht gar nicht um das, ob du jetzt von Sirius herkommst oder von Aldebaran. Es geht um das, was dann sie jetzt in dem Moment mit mir. Das ist entscheidend. Dass sie da sind. Was sie jetzt tun. Egal wo die herkommen. Also mir persönlich ist das total egal. Aber ich kann dir nur sagen, wir haben immer wieder Leute dabei, die von sich behaupten, sie sind hochspirituell. Sie kommen von Sirius oder sonst irgendwo her. Keine Ahnung. Und sie sind der Meinung, wenn sie ins Wasser rein gehen, Delfine, erkennen sie und die kommen sofort zu einer her. Dann kann ich dir noch eines sagen, die sehen die Delfine nur von Weitem. Nur von Weitem. Weil es geht nicht ums Ego. Es geht nicht ums Ego. Das kann ich mir gut vorstellen. Mal sehen, was das ist. Also ich kann auch schnorcheln. Man kann da auch mit tauchen gehen. Natürlich. Du kannst tauchen. Ich hab da auch mit Pressluft usw. Ja. Ohne Tauchstein kannst du tauchen dort. Okay. Also das ist schon eine spezielle Erfahrung beim Tauchen. Ja. Weil du halt dann wirklich auch im Element von den Delfinen drin bist. Mhm. Wenn du jetzt tauchen darfst. Was? Weil die kommen vorbei. Ja. Die schwimmen auf dich zu. Mit einem offenen Speed. Und du denkst dir, boah, die räumen mir jetzt auch. Und dabei gleiten die dann so an dir vorbei. Ich meine, das Leben auf diesem Planeten ist sowieso ein Wasserleben. Als ich zum ersten Mal beim Tauchen war im Roten Meer, da ist mir aufgefallen, wie viele Millionen oder Tausende, Zehntausende Tiere ich da gesehen habe. Ich bin ja jeden Tag im Wald unterwegs mit meinem Hund. Und da sehe ich ab und zu mal ein Reh und mal einen Fuchs oder dann mal ein Eichhörnchen. So ganz wenige Tiere, die man bei uns eigentlich sieht. Und sobald du einmal unter Wasser bist an einem Riff, da Zehntausende, da merkt man erst mal, worauf wir eigentlich leben auf so einer Wasserkugel. Mhm. Also das ist fest. 2017. Ja, schreib's drauf. 2017. Irgendwann Delfine. Das steht jetzt schon. Genau. Aber ich würde gerne dich am Schluss jetzt was fragen und zwar, ja, so für dich als Insider oder Wissende oder heute als Hellsichtige, wie du diese Zeit jetzt hier auch einstufst. Ist es der große Wandel, der jetzt gerade stattfindet? Wir haben ja 2012 gehabt, wo jeder gedacht hat, ja, da ist jetzt Maya-Kalender und jetzt passiert hier irgendwas. Wenn in 100 Jahren die Menschen zurückgucken auf unsere Zeit, was glaubst du, was dann in den Büchern stehen wird oder was werden die Menschen in der Zukunft über uns heute sagen? Die verpasste Chance, der große Aufbruch, die Ratlosigkeit, die sich jetzt erst langsam verflüchtigt. Wie urteilst du, wie schätzt du diese Zeit ein, die wir haben? Also erstens einmal möchte ich nicht wissen, was die Leute in 100 Jahren über uns denken. Weil ich glaube, also dann würden wir sagen, shame on you. Also in 100 Jahren kann ich es jetzt sein, dass die alle hellsichtig sind, dass die ein ganz anderes Bewusstsein haben und dann sehen die vielleicht in uns als Nerdertaler, also was sind das für Leute, die haben überhaupt keinen Schimmer gehabt. Aber so, was jetzt der Wandel anbelangt, also finde ich schon, ich finde also, dass sie im Moment sehr, sehr viel tut und dass das auch gut ist. Also dass wirklich jetzt, es müssen alte Sachen zusammenbrechen, damit was Neues entstehen kann. Das ist für, das finde ich persönlich jetzt am wichtigsten. Nicht nur in der Gesamtheit Erde, sondern auch bei einzelnen Menschen. Weil wir können was Neues entstehen, wenn ich immer noch am Alten festhalten tue. Also die Krise als Chance. Ja, also dass man jetzt nicht in der Angst versinkt, sondern genau das Gegenteil, dass ich einfach, mich persönlich motiviert das. Mich motivieren Sachen, was heißt, das geht nicht. Das motiviert mich, weil das gibt es nicht für mich, dass irgendwas nicht geht. Es gibt immer eine Lösung, also ich bin eigentlich immer lösungsorientiert. Und genauso sehe ich das jetzt auch. Und nicht zu sagen, ja Gottes Willen, jetzt haben wir einen neuen Präsidenten in Amerika oder jetzt haben wir das und das und das. dann geht das wirklich jetzt mein Alltag. Nein. Sondern ich versuche in meinem Bewusstsein zu bleiben. Ich versuche das Beste daraus zu machen, um meinen persönlichen Wandel voranzutreiben und anderen Menschen zu helfen, dasselbe zu machen. Das ist eigentlich so mein Hauptgewicht. Weil wenn jetzt ich zum Beispiel auf die Gesamtheit schaue, ich glaube, ich werde am Schlag durchdrehen. Am Schlag. Dann werde ich komplett überfordert mit dem Ganzen. Ich bin ja schon manchmal überfordert mit mir selber. Und dann erst noch mit allen anderen. Also Hallo. Ja. Immer schaue, dass ich mich selber aufdrehen brüche. Was soll es nicht? Ich bin ja nicht perfekt. Um Gottes Willen, da wäre es erst langweilig. Ich möchte ja gar nicht perfekt sein. Mit sich selber klarkommen ist oft gar nicht so einfach. Genau. Ja. Man muss sich ja auch aushalten. Also. Und dann, was soll ich dann? Da schaue ich rund um mich drum. Das ist mir dann manchmal echt zu viel. Wenn Menschen sich jetzt, wenn die jetzt unser Gespräch gehört haben, unsere Zuschauer, und wenn die sich überlegen, ja, vielleicht ist so eine Therapie im Blaubeerwald-Institut ja auch etwas für mich. Was können die da erwarten oder was für, was könntest du den Menschen, die sowas überlegen, mit an die Hand geben, wenn die sagen, okay, das wäre vielleicht was für mich. Was, was kann man erwarten, wenn man, wenn man THC, äh ne halt THC, wenn man CHT macht, Das ist jetzt krass. Nicht der falsche Versprecher, die Buchstaben mehr vertauscht, ja. Was, was können die Menschen erwarten, wenn sie, wenn sie zu dir kommen, welche Hilfe kannst du ihnen anbieten? Ich kann ihnen nur Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Mhm. Also ich meine, wir haben so viel auf unserer Homepage an, äh, an Stimmen von, von Teilnehmern und da ist eigentlich alles mit dabei. Okay. Also am allergescheitersten ist, sie gehen auf unsere Homepage, schauen sich das alles an und wenn noch Fragen offen sind, einfach anrufen. Okay. Ja. Tja, dann kann ich nur noch sagen, viel Glück und viel Spaß in der Zukunft. Ich denke mal, da wird es einige geben, die sich, nachdem sie dich jetzt kennengelernt haben, bestimmt persönlich kennenlernen wollen. Also ich freue mich riesig auf nächstes Jahr. Also das mit den Delfinen habe ich jetzt ganz groß im Kalender und auf allen Fall dir und dem Martin viel Spaß im Blaubeerwald und ich hoffe, wir sehen uns dann da auch mal bei irgendeiner Gelegenheit. Dankeschön. Ja. Vielen Dank dir, Christine. Lieben Dank fürs Zuschauen. Das war eine neue Folge von Steinzeit. Ich freue mich jedes Mal über positive Kommentare, auch negative Kommentare werden hier gelesen. Also immer her damit. Schaut wieder rein beim nächsten Mal und ich sage bis dahin alles Gute und Tschüss.